Vom S- und U-Bahnhof Waschauer Straße zur Oberbaumbrücke Das war das ehemalige Kühlhaus Und dann war es, naja, auch in West-Ruine kann man nicht sagen, aber es stand leer und so Open Air Gallery auf der Oberbaumbrücke Anfang August Jetzt noch mal wiederholt, heute ist ihn, ja, gestern ist heute gerade, oder nur heute Ja, da ist, wie gesagt, der Speicher Das fängt in dieser Gallery an Ich gehe da aber jetzt nicht hin Das sieht man da wirklich hier ein Was hält denn? Was jetzt noch Treptow Und sonst Für die Autofahrer natürlich Und jetzt Warme zu Wenn wieder die Starrung aufgehoben ist Geht es nach voll zu sein So Das ist eine lange Schaltung War schon denn das hier grün Jetzt Okay Du So Das war's erstmal. Im August mehr.